Hallo, hier ist Ron Good. Wir sind eine multinationalische Kooperation, die in der Kato- und Hospitalität-Industrie mit über 15 Jahren Erfahrung spezialisiert werden. Für alle, die Ihre Restaurants brauchen, in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt. Das Esszimmer ist wohl einer der wichtigsten Orte im Haus, was sich um eine Ein-Personen-Mahlzeit oder ein großes Familientreffen handelt. Der Speisesaal ist in der Lage, die sozialen und Lebensbedürfnisse aller Ausrichtungen zu erfüllen. Also, welche Marken von Esszimmermöbeln zu kaufen? Die italienischen Möbel Tori bieten Ihnen die ultimative Inspiration für Ihren Esszimmerbereich. Tori wurde 1925 in Italien gegründet und ist eine Luxus-Möbelmarke, die für Ihre hervorragende Handwerkskunst bekannt ist und international für Ihre Liebe zum Detail und Ihre Qualität sowie Ihre Hingabe zu Klassikern geschätzt wird. Die Esszimmermöbel von Tori inspirieren den Essbereich und laden dazu ein, mit Ihren Lieben am Tisch zu sitzen, zu reden, zu essen und zu träumen. Zenit Kollektion Sensibel für die neue Lebensweise, die sich in Richtung eines leichteren und harmonischeren Stils bewegt, präsentiert TURR-Eis-Designer Andrea Bonini die neue Zenit Kollektion für 2020. Ein Gefühl von schwebender Leichtigkeit kann als die Seele der Zenit Kollektion bezeichnet werden, die sich in den schlanken, leicht lackierten Beinen und den einfachen, klaren Linien der Stuhlfüße widerspiegelt. Die Esszimmerstühle sind wahlweise in Leder- oder Stoffausführung und mit weichen und bequemen Polstern ausgestattet. If you are interested in our videos, remember to follow us. Ronggup, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.